Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Another Week in the Mall. Immer will ich Let's Test sagen, wenn ich das spiele, auf dem wir, warum auch immer. Ja, wir klicken gleich mal auf Play. Tag 39, 1 Uhr vorbei. Schauen wir gleich mal nach. 23.000, perfekt. Was wollten wir in der letzten Folge machen? Was wollten wir in der letzten Folge machen? Irgendetwas Wichtiges, glaube ich, oder? War das nicht? Irgendwie sowas neisigert noch immer da. Ach ja, wir haben eine Bar, ganz neu. Die wunderschöne Bar, die ich hoffentlich schon angepasst habe letztes Mal. Um 12 bis 21 Uhr. Okay, das passt. Die Uhrzeit ist eh niemand da. Minus 8%, das ist noch okay. Wenn sie minus 8% macht, die machen schon Gewinnspannen. Oh gut, das Geschäft muss Gewinn machen. Und ja, wir schauen mal nach. Schulanfang ist bald. Da braucht man Schulmaterial, Hosen, T-Shirts und so weiter. Also werden wir hier ein bisschen... Ich weiß nicht. Spielzeuge und Schulmaterial. Wir werden... Das ist laut. Wir werden den Tisch vielleicht einmal weggeben. Und da führt das Regal dahin, diesen Tisch mal rum. Denn das sind das so Saisonprodukte, habe ich mir gedacht. Eben, dass ich das, was hier gut gebraucht wird, dass ich das auch hier nach vorne eher stelle. Weil vielleicht... Ich weiß nicht, ob das Spiel daran denkt. Wir haben schon mal Laptops. Laptops sollten auf jeden Fall schon mal hier oben hier vorne sein, dass wir mal hier auf jeden Fall umändern. Auf Laptops. Hallo. Was seid ihr für Leute? Büroarbeiter. Okay. Laptops, äh, Hosen, T-Shirts, Kleider, T-Shirts, Laptops, Schulmaterial. Wenn wir hier nochmal Schulmaterial machen. Klippen an Elektrizität. Das ist ja auch sowas. Schulmaterial, wenn wir noch einmal nach oben gehen. Und dann... Wollte ich mal schauen. Denn ich habe gerade gesehen... Wir haben aber noch ein paar Sachen. Nicht Werkzeugen, so. Vielleicht ist es noch nicht der Makler für, ja. Aber... Selbst wenn... Also ich meine, auch wenn wir es jetzt nicht so wirklich genau verkaufen. Es ist jetzt nicht so... Ich glaube nicht so dieser große Verlust, wo man jetzt sagt, das geht überhaupt nicht. Deshalb... Wollen wir mal. Wenn wir schauen, dass wir... Ich möchte auf jeden Fall von jedem einmal eins haben. Äh, jetzt... Das ist einmal die ganzen Essensabteilungen. Die geht es auch schon zurück. Schauen wir mal auf den Bedarf. Smartphones haben einen sehr großen Bedarf. Noch immer, deshalb werden wir hier unten noch immer Smartphones hingeben. Auf jeden Fall. Schauen wir mal noch mal den Bedarf. Fastfood. Arcade-Spieler. Wüsste ich nicht genau, wie... Was ich damit... Was damit gemeint wird. Außer, dass ich... Ich kenne diesen... Kaufsautomat. Spielautomat. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit auch gemeint ist. Ich werde auf jeden Fall hier zwei Arcade-Automaten hinbauen. Ähm. Und schau mal, was passiert. Hätte ich mir so gedacht. Dass die mal hier hingebaut werden. Wenn das wirklich so nach oben geht. Ich weiß nicht, ob das das ist. Wir werden schauen. Und... Ja. Die Leute gehen schon mal los. Okay. Das geht auf einmal zum Arcade hin. Okay. Da waren schon... Sofort waren hier Leute. Hier gehen auch Leute hin. Das... Das gefällt mir. Äh. Wirklich? Die stiehlt und nimmt den Bus. Äh. Äh. Darüber denke ich nicht nach. Selbstbildungsgasse. Die laufen mir so richtig gut. Das gefällt mir. Äh. Bedarf ist es mit der Kate gewesen. Schauen wir mal. Ich hab's erst morgen. Äh. Ja. Genau. Verkäufer geht's dann. Um das geht's ja. Und... Ja. Wir haben hier noch immer sehr viel zum Nachfüllen. So. Wir haben noch nicht ausverkauft. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem... Wir haben ein paar Sachen noch zum Nachfüllen. Aber die werden eh schon nachgefüllt. Brav. Deshalb. Ist okay. Bis auf hier. Werkzeuge. Hier fehlen die Werkzeuge mal komplett. Jetzt sind sie schon da. Okay. Wenn man sonst spricht, dann kommen sie. Die Bar ist... Joa. 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 Könnte besser besucht werden. Obwohl. Hm. Ja. Egal. Lassen wir mal so. Ähm. Sicher zwei haben wir fertig. Tabak. Lizenz kann man machen. Und Zeitschriften. Äh. Ich habe eine neue Idee. Ich werde eine Trafik bauen. So ein extra Geschäft. Wäre mein Vorschlag. Hier stehen die Leute brav an. Und es gibt genug Essen. Das freut mich natürlich. Und wir schauen mal, wie viel Umsatz wir machen. Gut. Und das von gestern können wir nicht drankommen. Weil er ja Saison war für... irgendwas. Hab ich schon viel vergessen. Ich habe Smartphones. War das nicht? Obwohl wir kommen verdächtig nahe. Oh doch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das schaut gut aus. Ja. Also ich meine. Ist ein guter Durchschnitt. Ist okay. Äh. Und der Kate soll... Da. Okay. Ich schau mal auf jeden Fall mal da. Fastfood geht ein bisschen runter. Frisches Fleisch geht nach oben. Da werden wir mal den frischen... Frisch... Das werden wir... Da werden wir mal das frische Fleisch... Ähm... Etwas mehr... Nach oben pumpen. Würde ich sagen. Nehmen wir mal weg. Bitte wegmachen. Dankeschön. Äh. Haben wir noch irgendwas? Frisches Fleisch... Wein... Medikamente... Medikamente habe ich gar nicht, oder? Mal Milch. Medikamente darf ich noch nicht verkaufen, glaube ich. Nein, da fehlt mir noch die Lizenz dazu, oder? Ähm... Alkoholizenz ist das nicht da. Medikamente, genau. Chemische Zuliever. Deshalb. Kaufsautomaten. Heutige Gewinn 60. Oh. Ist der Gewinn? Ist die 56? Freut mich. 164 Dollar. Oha. Natürlich gut. Was ist denn hier so laut? Ach, die... Haben wir gleich sein. Sehr gut. Ähm... Geh mal weiter auf Kaffee. Nein. Ähm... E-Zigaretten wäre natürlich auch gut. Da wird es erstmal eine Zeitschrift. Zeitschriftenzulieferer. Die vergrößern das... Also die bringen an den Waren nach. Und äh... Typ zum Nachfüllen ist auch schon da. Die gehen alle zum Verkaufsraum. Äh... Zum Verkaufsautomaten. Merke ich gerade. Was natürlich gut ist. Wenn die mit dabei da hier hingehen. Also... Das wäre mir nicht. Ich hoffe, der Fülle mal da ist da oben nach. Jetzt kommen wir schon langsam wieder die Gäste. Und... Ja... So. Ich möchte... Diese... Zeit... Äh... Zeitschrift... Zeit... Äh... Trafik. Trafik wollte ich bauen. Hier... Ich finde, das schaut nicht gut aus. Aber... Ja... So. Und der Trafik, die kostet natürlich wieder massiv an Geld. Wie soll es denn sonst sein? Aber der Trafik möchte ich schon gerne ein bisschen größer machen, weil er soll ein bisschen mehr da sein. Und deshalb... Äh... 44.000 hat, dann muss ich aber ganz schön viel sparen. Schauen wir mal, haben wir irgendwelche Darlehens oder so. So. Wollen wir mal alles zurückbezahlen, dann haben wir keine Schulden mehr. Dann geht es schneller bergauf, nämlich um das ging es mehr. Wenn wir natürlich mehr Zeit haben, können wir mal schon... Kaufsteigung... 4%, 4%, 3, 2%, 4%. 4%. 4%. Ich muss ein bisschen hoch machen, 6% und kosten 8.000. 9.000... 9.000... 10.000... 10.000... Um 6% wird das erhöht. Hier natürlich um 8%. Reklame im Materialien um 8%. Oh... Reklame im Materialien um 8%. Oh... Was ist das? Und wie kann ich rausgehen? Wie schaut es eigentlich aus mit unseren Security-Typen? Ja, die sind da auf Roller unterwegs. Das gefällt ihnen, glaube ich. Das gefällt ihnen, dass die da mit Roller unterwegs sein können. Okay. Sehr gut. Warum stellen sich alle hier an? Okay, es dauert noch. Sehr gut. Okay, gut. Parkplatzsituation passt auch. Mitarbeiterparkplatz könnten wir eigentlich bald wieder erhöhen. Aber schauen wir mal, dass wir Geld bekommen. Verkaufsätze unterschiedlicher Produktarten. Wir haben den täglichen Gewinn über 10.000. Ja, aber 100 Kunden vor Ort. Erreiche 50.000 Gesamtverkäufer. Okay. Produktarten. Ja, wir haben keine neue Produktarten. Das läuft aber eigentlich auch schon besser. Das Geschäft. Also, ja, machen wir mal das Licht aus und die Gäste sind noch da. Warum nicht? Schon mal kurz mit dem Biss. Fünfte Prozent Gewinnschwanger. Das ist schon mal gut. Und die Bar macht auch schon Gewinn. Das ist gut. Wenn es kein Gewinn macht, dann ist es schlecht. Natürlich, ja. Aber jetzt macht alles Gewinn. Und das ist gut. Das Sub. Alles bestens. Na gut, das Geschäft. So oder so. Hauptprodukte Süßigkeiten. Okay. Süßigkeiten sind beliebt. Interessant. Süßigkeiten sind beliebt. Oh mein, voll Süßigkeiten. Ein paar Süßigkeiten. Kostet 5 bis 10 und 12 bis 24. Okay. Ja, wir machen ganz schön viel Gewinn. Mit sowas auch. Interessant. Was ich das nächste Mal machen möchte mit Marketingforschung. Pflanzen und Gartenwerke zu Lieferer. Sehr gut. Marketing 2. Ermöglichte Marketing-Grabanne im Internet. Das ist natürlich gut. Aber zuerst brauchen wir Big Data. Bewerbungsangenschaften. Medien. Das ist schon mal gut. Oder. Aber überhaupt schon Kino freigeschalten. Na fast. Hm. Ja, ist so irgendwie. So, die Woche ein Streik. 24 Stunden. Okay. Kommt auch bald. Interessant. Aber ist mir eigentlich egal. Weil es geht sich irgendwie aus. Wir sollten klarkommen. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Nichts zu tun. Weil es geht der Schulanfang wieder. Da geht es dann eh wieder richtig los. jetzt würde ich mal kurz schauen okay das sehr beliebte automaten möchte mal schauen wie geht es den mitarbeitern allen nicht gut bis auf den die grunden werden nach hause gehen er kann ruhig essen nie gesagt was sind die pausenzeiten wenn nicht beschäftigt wenn benötigt ich frage es jetzt auf was gilt das geht das jetzt auch auf die vom geschäftig auf die kassierer das sind alle auf benötigt und hier im im bis habe ich habe ich echt benötigt machen wir ruhig zu wenn nicht beschäftigt natürlich wenn benötigt erledigen was ich meine sie sind schon wieder happy wirklich wir haben die verkaufsautomaten gemacht und alle sind happy also ich meine verkaufsautomat ich sag's das ist dieser einer verkaufsautomat der macht alles aus flipper automat und wasserspender kommen wir mal wasserspender fürs büro warum nicht wir sind mal spendabel und gelder braucht mein gelder automaten ich glaube eigentlich nicht da war kommen wir noch einen verkaufsautomaten können wir ruhig hier im pausenraum machen dann den verkaufsautomaten hier auch einfach so damit damit die einfach mal irgendwie glücklicher sind sagen wir es so eine skulptur kann man machen was hab ich gerade gemacht zultieferer ach ja genau ähm ähm äh Zigaretten wären zwar auch gut aber ich würde mal big data machen oder straßennetz dann kriegen wir noch mehr Leute das ist ja nicht gut der sitzbank warum nicht machen wir das sitzbank hier im geschäft nehmen wir misskippel einer sitzbank das ist immer gut so da geht hin und er ist wieder happy ach das freut mich das freut mich die Mitarbeiter freut das natürlich auch und sie machen haben dann natürlich eine viel bessere arbeitsleistung muss man ja sagen oder also immer 300 euro ja ich werde jetzt für dieses projekt einen darlehen aufnehmen und mehr mehr bauarbeiter einstellen für dieses eine projekt das heißt ich gehe in wartungszentrum und schutz aus mit die bauarbeiter bauarbeiter wir waren haben wir eine 7 bis 16 7 bis 16 also es ist eigentlich immer dass jemand da ist aber 1 2 3 4 bauarbeiter einstellen so die sind alle so sollen alle eher am tag arbeiten von 7 bis 7 bis 16 uhr 16 uhr 16 uhr genau da das sind ja nicht die 7 bis 16 uhr 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 die werde ich ein bisschen später einteilen die auch so dass das einfach mal klappt denn das wird ein sehr teures projekt was sehr viel geld kosten wird 15.000 die schütze auf 20.000 gehen wir da hoch tägliche schulden machen wir auf ungefähr 500 irgendwas gehen die auf 30.000 auf 20.000 kommen aufnehmen hat man auch bis das geschäft schließt weil wir machen mein geld dann können wir bauen ok bauen wir mal so nein noch ein bisschen weiter so 1 2 3 äh aha genau so viel wird das kosten perfekt das machen wir die bauarbeiter dafür haben wir jetzt auch viel mehr eingestellt kunden sind happy und einer wird nicht wiederkommen interessant sicher nicht warum nicht wirklich marketing habe ich da schon was neues äh war schon ja genau straßennetz das läuft jetzt es kommt schulmaterial muss ich schauen sollte passen oder oder heute gilt die campagne nach uns ist eigentlich gut glaube ich ja so gefällt mir das genau so gefällt mir das so wollte ich das eigentlich auch haben so kann er die schön rüber bauen ok der verkaufsautomaten macht hoffentlich werden gewinnen ja natürlich die machen auch gewinnen selbstbedingungskassen machen gewinnen das ist gut dann würde ich auch sagen das war's mit der heutigen Folge von Andorna Brick in einmal Dankeschön fürs zu sehen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Tschüss Schnell auch 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 Schuld Sug auch